hallo und herzlich willkommen hier zweite folge hier in frankreich ja es geht weiter ich muss ich will wissen baumwolle aussehen und mein mitspieler justin der händler herr was machst du baumwolle auch sehen baumwolle die bauern mögen die baumwolle dann sollen wir baumwolle kriegen ja ich musste feld 30 und machst du welchen feld 19 von 19 was hier für gerät ach so vorbereitet die vorbereitung für die ausfahrt haben ach so unser feld 33 ja ja ich wundere mich gerade wieso stehen säge und sattgerät wenn man kurz gps abmachen hier heute ist dienstag heute ist dienstag ja ich wünsche mir einen schönen dienstag das wolltest du mit sagen ne ja 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 ich vergesse es immer wieder muss am alter liegen du jungspund was soll ich sagen mit meinen 15 jahren du jungspund du jungspund du jungspund du bist doch noch ein jüngerer bei du bist doch noch ein jüngerer bei aber die knochen haben eine andere meinung aber die knochen haben eine andere meinung au ja die meinung zinterlich du jungspund 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 ja hier ist Missionsfeld da muss nicht so genau gearbeitet werden um die prozente zu schaffen fangen wir eine runde mal rum im richtigen Feld das sieht cool aus hier, Baumwolle die Textur ja das ist ja so gut geht nicht viel drauf und sagt, gut, das ist gut, sparen wir uns ein kriegen wir alles sehr schön für den Raps oder was du aufsehen wolltest Sojabroben Sojabroben, genau Raps zwei Jahre später im späten Sommer, frühen Herbst Ja Eine Seemaschine hört sich an wie ein Staubsauger Nein Ja, die hört sich an wie ein Staubsauger Komm Du musst den ausmachen, ich glaube Ja, aber dann sind ja die Seemaschine die Achso Das liegt eher daran, dass es mit Luft rein geblasen wird Das sagt gut Ja Das klingt so, also du nicht glaubst Stimmt Einzelsaat gut Jetzt fahr halt mal kreuz und quer Das GPS-System sagt mir, ich muss das so machen Nein Ja Ja Kann es aktuell nicht sehen, aber es fährt so Nicht so wie ich das will Ich sehe es Obst der Karte Die Karte aus Die Karte aus Spezial Wenn kann man gut Geld mehr verdienen Oh Boah Das hat halt nicht gut das Ding Kann auch sein, dass er mit dem Traktor nicht klarkommt Das kann sein Das kann sein Das kann sein Das kann sein Der Karte schon Kurs für den Eventilaren zum Traktor Mit Länkverhalten Und verzichten wir drauf Bobby ist nicht da Gewesen Genau Zum zweiten Mal Unentschuldig Ja Geben wir von deinem Ruhm ab Wer weiß, was da für einer war Ein netter Kölf, höfentlich denke ich mal Ein ruhig war er ja, ne Jo Und er war nett Also du sagst, was er macht, was das war nett Es ist schwierig mit Kindern zu spielen Weil ich genau weiß, wie alt sie sind Naja, wenn man so langsam nichts zu hören sagt, geht das Aber sobald das, äh Da muss Sachen drüber fallen, dann bist du am Arsch Da ist immer Risiko bei Aber mit dem großen Geld geht das ziemlich voran Ja Du kannst ja bald auch 16-fach spielen USA-Karte Oh White West Bei Koran Day Are we on the horizon? Es gab eine 64-Karte sogar Ja Die war wahrscheinlich so komplett leer oder sowas Ich hab die mal angespielt gehabt Also Kurs-Blicking überhaupt nicht War gar nicht mehr klar Und äh Autodrive war auch schwierig Ok Du musst die Hand mit GPS machen Naja, du kannst so eine große Karte denn alleine spielen Naja Boom Seid ihr, du lässt den Helfer runterfahren, das ist wirklich auch Oh, der muss auf die 100 Meter lang Ja Ja, das ist ja auch unrealistisch, ne Ja, das ist ja auch unrealistisch, ne Ja, das ist ja auch unrealistisch, ne Das soll ja eigentlich Geräte sein, die man sagen kann, okay, das ist jetzt realistisch, ne So wie hier das Gerät ist ja, äh Äh Gibt's ja ein echt, ne Ja Gut, wenn das 2,3 Meter breiter ist, äh Lass ich damit mal, äh Äh Durch, durchgehen, ne Wie gesagt, wenn das, äh Zu extrem ist Das ist hat nichts Das ist wie Cheaten normalerweise, kannst du Geld reinschreiben Mit kleinen Geräts spiel und sage, ich bin da 2 Jahren komplett durch Alle Felder gekauft Ja Oh Pein Und ich wollte so recht großartig da kann man sogar noch sagen kann später sogar größer aber saa guckt ja die rasche raus fast knapp die hälfte fast kann ich ein glück wählen wenn es reicht so Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020